Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben eine neue Folge Oxygen Not Included am Start. Wir werden diese Folge gucken, dass wir den Strom fertig machen. Wenn wir den Strom haben, dann würde ich gerne das Wasser eine Etage tiefer lassen, was im oberen, wo wir jetzt schon abpumpen, Becken ist in das untere mit rein sozusagen. Und dann müssen wir definitiv aufräumen und dann werden wir mal schauen, wie sich das Umfeld so ein bisschen hier bei uns ergibt. Wir müssen gucken, dass wir noch was zu essen haben. Das ist auch noch wichtig. Wenn wir den Strom haben, haben wir ja auch den Sauerstoff, dann geht es besser voran. Ja, das sind die Dinge, die wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall machen wollen. Dann würde ich mal sagen, ab zum Intro und wir sehen uns gleich wieder. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir sind hier und die Männer können laufen, müssen hier oben abbauen. Warte mal, da oben ist noch ein Stein, den können wir mal von der anderen Seite auch. Vielleicht können wir dann auch von da buddeln. Die Toilette war ja von beiden Seiten auf, ne? Sie läuft da jetzt noch durch, weil sie keinen Sauerstoff hat. Sie geht direkt auf Toilette. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier oben priorisieren. Ich glaube, wir müssen mal gucken. Da müssen wir die neuen anwählen und machen das mal jetzt schnell, dass das erstmal fertig wird. Das ist das Wichtigste jetzt. Gut, dann das Wasser, wie gesagt, hier. Das soll da runter dann. Da müssen wir gucken, dass wir das auch noch hinkriegen. Dafür würde ich erst hier hingehen wollen und dann mal schauen. Das ist Vierfelder. Und dann bedeutet das, da ist es. Und dann wäre hier wieder eine Etage, ne? Ja, müssen wir mal gucken, dass wir da hier so uns rüberbuddeln dann. Ich glaube, wir machen das dann erst so. Ja, so machen wir das. Krabbeln da auf einer Leiter rum. Und bohren dann. Bohren nicht, sondern baggern dann hier nach oben raus, ne? So erstmal. Das ist dann schon mal da geklärt. Zwei sind am Schlafen. Einer hat eine Nachtschicht. Oder wie ist das? Der baut auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Wir müssen dann auch gucken, dass wir den Weg hier mit der Toilette wieder richtig einstellen. Man darf nur in die Richtung passieren dann. Aber er macht das schon, ne? Das sieht doch erstmal gut aus. Jetzt geht es da durch. Und wir können da auch den Boden machen lassen. So, passt schon. Er macht sauber. Das ist auch gut. Hamsterrad ist jetzt nicht auf Stufe 1. Aber das können wir jetzt auf Stufe 6 machen, dass das fertig wird. Achso, der Boden hier ist noch nicht fertig. Dann mach da mal schnell noch eine Prio höher. Sonst können die da nicht rumgehen, ne? So, gut. Hamsterrad wird fertig. Schwellenwert müssen wir gleich noch einstellen. Ich mach da mal auf 20%. Dann soll es wieder angehen. Es geht ja nur um ihn hier erstmal, ne? Und der braucht gewisse Dinge. Dann legen wir denen mal eine Etage höher. So, sie ist am Essen. Elli. Und Brenn ist beschäftigt. So, er kann hoffentlich da weg. Ja, sieht schon mal gut aus. Standard Arbeitszeit ist drin. Da wird sauber gemacht. Und er isst auch. Das ist auch gut. So, jetzt müsste die Batterie dann irgendwann gleich geladen werden. Ja, nur am Hamsterrad können wir das einstellen, ne? Aber da läuft es ja auch schon. Wunderbar. So, dann brauchen wir Lagerplatz. Jetzt ist die Frage, wo wir den hinbauen. Hier geht es ja zum Schleim hin. Ich glaube, wir können aber erstmal hier noch so ein paar Verdichter hinmachen, oder? Mach mal so. Und Ja, am Boden drunter wäre schon sinnig, ne? So, das haben wir dann. Hier wird auch sauber gemacht. Sehr gut. Hier wird noch weitergearbeitet. Ja, jetzt wächst die Pflanze da unten tatsächlich auch. So, dann Lagerverdichter kommt als nächstes, glaube ich, dran. Kann das sein. Das machen wir mal so. Sauerstoff kommt. Na, die Stiegel, die passen haben wir natürlich noch nicht. Ach so, dann ist es vielleicht noch... Ja, lass uns erstmal das machen, was wir machen. Und dann kommt die Forschung in der nächsten Folge wahrscheinlich erst dran, ne? Ach, Lagerverdichter haben wir auch schon hier, sehe ich gerade. Okay. Okay, dann ist aber nicht schlimm. Haben wir halt ein paar mehr, ne? Äh, zuck. 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 Wir sind noch am Treten, das passt auch. Äh, hier muss noch was weggearbeitet werden, das ist aber auch okay. Wir sollten noch eine zweite Splumpsklo bauen. Das war bei Medizin, ne? Ne, das war Waschzuber. Dann ist es bei Sanitär. Machen wir da hin. Und was wir definitiv noch machen müssen ist, wir brauchen nachher noch einen Raum, wo wir das Abwasser lassen, ne? Ja, das spricht dafür, dass wir das vielleicht hier unten lassen könnten, ne? Dann machen wir hier doch einfach eine Leiter runter. Und da machen wir eine Pumpe hin, die das da einfach unten rein macht. Da haben wir erstmal Platz. Gut. So weit geht's erstmal, oder? So, dann aufräumen. Äh, nur beim Aufräumen soll hier alles rein. Äh. Ne, Tiereier vielleicht nicht. Jetzt müssen wir nochmal durchgucken. Verbrauchbare Erze. Haben wir nur Kohle. Sandstein. Organisch, da müssen wir auch aufpassen. Das sind aber Algen, die sind okay. Und Erde ist auch okay. Ja, das kann da erstmal alles rein. So, und dann nur beim Aufräumen bedeutet, dass wir auch aufräumen wollen. Erstmal hier, denke ich mal. Und da geht schon was irgendwo nicht rein. Ah, ist eine Schmutzwurzel, okay. So, jetzt müssen wir hier noch gucken. Ja, das ist natürlich mit dem Loch da doof eigentlich, oder? Ja, da müssen wir mal schauen. Äh. Was? Ja, sie sind erstmal am Aufräumen. Das ist schon okay, so. So, können wir ein bisschen weiter gucken hier mit der Temperatur? Haben wir da schon was erreicht? Ne, ne? Höher geht nicht. Nur nach... Hier haben wir vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Okay, das sieht man jetzt nicht mehr unbedingt. Okay, ja. So. Ich glaube, wir machen gerade hier diese Treppe hier weiter. Das mit dem Abwasser ist vielleicht erstmal das Wichtigste, oder? Dass wir das hinkriegen. Die anderen beiden sind schön am Aufräumen. Sauerstoff, wie sieht der aus? Ja, der wird schon, ne? Dann fällt hier auch das Kohlendioxid runter, das ist ja auch nicht verkehrt. Könnten da beim Waschzuber natürlich auch hier... Zyklus... Wie weit ist der? Der dauert nicht mehr lange, ne? Oder? Ne, geht noch. Dann machen wir da den Boden fertig. Die Betten stehen auf jeden Fall passend. Die Schmutzwurzeln können eigentlich hier mit rein, ne? Ja, schmeiß mal alles da rein. Und die Kochzutaten auch erstmal. Gut. So weit, so gut. Okay, hier geht noch nix. Ellie ist noch am holen. Holt Sandstein und baut da weiter. Okay, da kommt ein... Blauprause rein. Und... Leute, nicht. Machen wir noch nicht. Obwohl, wir können ja einmal kurz vor zwei Schläfträgen... ...mich seine Geschwindigkeit im Bad nur so senkt. Nein, wir nehmen das Hilfspaket. Das ist ja richtig gutes Essen. Das macht schon Sinn, ne? Dass wir das haben. So, hier geht's auf jeden Fall weiter. Das ist gut. Kriegen wir alles hin, ne? Da wird gebaut. Essen wird weggelagert. Strom immer drinne. Passt alles, oder? Sauerstoff kriegen wir auch. Hier muss jetzt noch ein bisschen weiter gebaut werden mit den Algen. Kriegen wir, oder? Mit den Algen. Mit den Treppen. Macht erstmal einen guten Eindruck hier, denke ich. So, hier haben wir einen, so einen Leuchtkäfer. Da müssen wir auch aufpassen, ne? Dass wir den nicht hier bei den Betten nachher haben. Und das würde hier sogar passieren können, ne? Weißt du was? Mach mal schnell hier so ein Stein, denn der geht auch von da oben, glaub, oder? So, die Pumpe wird hoffentlich jetzt gebaut. Nein, die Pumpe nicht, entleerer. Okay, da wurde geliefert. Das ist schon mal gut. Wie sieht's mit Aufräumen weiter aus? Da ist ja noch der Auftrag da, ne? Wird... Welche Prio hatten das Aufräumen? Okay, fünf. Wir können das aber auch demnächst mal auf vier schmeißen, hier. Wenn sie nichts zu tun haben, können sie erstmal aufräumen, ne? So, der Entleerer ist auch schon fertig. Das ist gut. Wenn die Toiletten voll sind, oder die Waschbecken voll sind, dann kann das da weggebracht werden. Wunderbar. So, dann würde ich sagen... Gehen wir weiter, oder? Nach unten. Hier, der wäre jetzt wichtig, dass wir den da... Kriegen die den hin? Gucken wir mal. Ja, kriegen die hin. Dann kommt der Leuchtkäfer auf jeden Fall nicht hoch. Das wäre für uns jetzt fatal, ne? Sehr gut. Okay. Essen. Essen ist noch ein Problem. Wir haben noch überhaupt gar kein Essen. Äh. Wo ist Essen? Ja, wir haben natürlich das Hilfspaket gekriegt, aber hier ist schon tatsächlich so, dass wir da auch hin müssen, ne? Machen wir hier eine Tür erstmal hin. Wo können wir denn Essen holen? Das geht schon mal. Das geht. Und der... Und die müssen wir auch haben. Das heißt, wir buddeln uns erstmal hier weiter durch. Ne, da war falsch. Hier ist richtig. Ja, ist erst so, oder? Müssen wir erst aushöhlen. Gucken wir mal, wie sie es hinkriegen. Gut. So, zwei sind am Schlafen, einer ist am Laufen. Aber der müsste gleich voll hier sein und dann kann er... Ach, er schläft jetzt ein, oder was? War er nicht zeitplanmäßig in einem anderen Nachtschicht mäßig? Ja, er ist nachtschichtmäßig unterwegs, passt. Wieso ist denn er dann eingepennt jetzt? Hat er dann tagsüber nicht geschlafen, oder was? Naja, okay. Dann ist das erstmal so. Warum hat er nicht geschlafen? Und ist jetzt eingeschlafen. Ist auch hungrig. Hm, schwierig. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Zyklus läuft. Gefällt mir jetzt nicht so ganz, ne? Hm. Warum war er übernächtigt? Lebensmittelvergiftung kann man da auch schon so ein Problem mit. Das ist ne Nachteule, ja. Haben wir ihn nicht im Zeitplan, ne? Das hab ich jetzt gar nicht noch. Das Ding ist im Zeitplan. Schon komisch, ne? Naja, wird schon wert, oder? Elli hat erstmal nichts zu tun. Hier unten wird zum Glück geerntet. Und? Da wird auch weggeholt. Passt. Hier buddelt er ja schon was aus. Oder Elli buddelt er ja aus. Okay. Im Prinzip können wir da jetzt erstmal den Ziegel hinsetzen, dass das zu ist, ne? Und wenn wir schon dabei sind, dann machen wir definitiv diesen Raum auch erstmal zu. Okay. Da wird die Tür gemacht. Das ist auch gut. So, die Wurzel ist jetzt weg. War nur ne Einmalgeschichte dann, ne? Jetzt ist Stinky am Pause machen, wie es sich gehört. Die Wurzel ist da hingeliefert worden. Die Tür wird gemacht. Gut. Hier wird jetzt noch weiter abgebaut. Und hier wird jetzt der Stein gesetzt. Wunderbar. Das bedeutet, der andere Stein... Ne, zerlegen ist richtig. Der kann dann nachher auch weg, ne? Oh, hier haben wir einen Hedge. Unser Kohleproduktion, ne? Naja, läuft. So, sehr gut. Die sind glücklich, dass sie das Metall haben. Ja, ist ja erstmal was, oder? So, Strom haben wir fertig. Sauerstoff haben wir fertig. Essen müssen wir hier noch weiter gucken, dass wir da gleich hinkommen. Äh. Hier nochmal durch. Und hatten wir das schon angeklickt, dass wir das ernten wollen? Ja, hatten wir. Dann geht's auch. Aber dafür müssen wir hier noch ein bisschen mehr graben. Dass wir noch an das letzte dahinten auch noch entkommen. Passt erstmal, ne? Dann geht auch hier das Oxylit noch weg. Geht erstmal, oder? Ja. Gut. Wasser. Würde ich jetzt sagen, wenn die da schon so weit sind, können wir hier unten auch uns drum kümmern. Dass hier weiter gegraben wird, ne? Warte mal. Den, äh... Machen wir mal abbrechen. Sonst läuft nachher das Wasser da durch. Das wollte ich dann nicht sofort haben. Und hier müssen wir gucken, dass wir da vielleicht noch ein bisschen größer bauen, oder? Bevor wir da weiterkommen. Hm. Ja, ich sehe schon. Der Tank ist ja gar nicht groß genug. Da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber das kriegen wir definitiv in der nächsten Folge dann geklärt, oder? Würde ich mal so sagen. Okay, dann... Dankeschön fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.